In einem Duell von zwei gegensätzlichen Spielweisen konnte sich Marokko im WM-Achtelfinale gegen Spanien durchsetzen. In diesem Video zeige ich euch einfach mal so ein bisschen, wie sie verdient gewonnen haben und wie sie generell so taktisch auftreten in dem kompletten Turnier bis jetzt. Wie gesagt, die Herangehensweise beider Mannschaften ist eigentlich das komplette Gegenteil. Spanien läuft hoch an, auch in dem Spiel, ich blende es euch hier mal ein, die pressen extrem hoch. Und wenn sie den Ball dann haben, dann möchten sie das Spiel kontrollieren, über Ballbesitz und auch dominieren und sich so halt ihre Chancen herausarbeiten. Während Marokko hingegen eher kompakt steht und sich so auf das Verteidigen fokussiert und dann halt eben aus einer sicheren Defensive heraus Konter fahren möchte über die Außen mit den Außenverteidigern Masraoui, Hakimi, die extrem schnell sind und mit die stärksten Spieler, was jetzt die Qualität angeht des Landes. Schauen wir uns jetzt mal die Grundformation an von Marokko und das ist ein klares 4-1-4-1 und das ist schon relativ interessant vom Taktischen her, denn die Formation spielt so ansonsten eigentlich niemand wirklich als seine Stammformation. Und die wichtigste Position in dem System ist der alleinige Sechser, nämlich Amrabat. Der spielt ja bei Florenz und der spielt wirklich ein bombastisches Turnier bis jetzt, wirklich in jedem Spiel herausragend und somit das Herzstück für Marokko. Vor allem defensiv, aber er leitet halt auch die Aktionen nach vorne hin ein, so auch in diesem Spiel. Aber wie funktioniert seine Rolle in dem System? Und zwar defensiv spielt Marokko wie gesagt ein 4-1-4-1, also hinten die Viererkette, Amrabat eben davor. Dann rücken eben die Flügel neben die Achter und Amrabat ist leicht versetzt zwischen Mittelfeld und Abwehr und Enesiri dann vorne drin. So hat sich dann eben Spanien offensiv formiert und zwar funktioniert es dann so, natürlich Petri und Gavi rücken hier oft raus, bieten sich an, werden von den Achtern halt eben abgedeckt. Aber wenn jetzt die Achter vorne rausrücken und halt eben auch mal anlaufen, dann ist es eben so, der hier rückt raus, macht Druck auf den Ballführenden und zeitgleich geht dann eben Amrabat zu dessen vorherigen Gegenspieler, deckt den und genauso ist es dann halt auch auf der anderen Seite, wenn der hier rauszieht, geht Amrabat hier hin und somit ist man echt flexibel, kann vorne drauf gehen, ist aber dennoch weiterhin kompakt und das ist wirklich ein entscheidender taktischer Kniff, der halt eben auch für die starke Defensive von Marokko gesäugt hat und auch immer noch säugen wird für die nächsten Spiele. Ich habe euch jetzt hier auch noch ein Bild eingeblendet, da seht ihr wie kompakt die das Zentrum halten. Die Marokkaner machen das dann auch so, die haben extrem geringe Abstände zwischen den einzelnen Ketten der Spieler. Ich habe euch auch hier jetzt noch ein Bild eingeblendet, da seht ihr, die stehen auch gar nicht so tief, zumindest am Anfang des Spiels, aber halt extrem kompakt und sowas wirklich schwer für Spanien, sich da durchzuspielen und so haben sie es auch zumindest zu Beginn des Spiels geschafft, Spanien so gut wie möglich im mittleren Spielfeld Drittel zu halten und vom eigenen Tor eher wegzuhalten. Und im Mittelfeld war man dann wirklich auch mannorientiert, um wirklich alle Passwege zuzustellen. Und der nächste entscheidende Spieler, zumindest in dem Spiel, war dann eben Enesiri, der als Stürmer immer zu Busquets gegangen ist und den wirklich in Manndeckung genommen hat zu Beginn des Spiels. Wie es weitergeht, sage ich dann noch. Ihr seht es auch hier wirklich eng an ihm dran und somit halt einen wichtigen Aufbauspieler von Spanien aus dem Spiel genommen. Also so gut es ging natürlich. Natürlich schafft er das nicht immer. Hier seht ihr auch nochmal die Offensivformation von Spanien. Spanien lässt sich schwierig bestimmen, so ein 2-3-2-3. Man kann es auch 4-1-5 nennen. Auf jeden Fall haben sie mit einer mehr oder weniger Viererkette aufgebaut und wirklich zwei Spieler über außen. Da sie halt eben wussten, dass Marokko das Zentrum wirklich so kompakt zumacht, dass sie da sich eigentlich kaum durchspielen können. Also sie wollten es dann auch über die Flügel spielen. Zunächst hat ja Maikos Llorente als Rechtsverteidiger begonnen. Der hat sich da eher unglücklich gezeigt, was jetzt den Spielaufbau anging und dementsprechend hat dann Luis Enrique einen Tausch gemacht. Er hat Petri und Gavi die Seiten getauscht, was ja eigentlich sehr selten ist. Normal spielt immer Petri links, Gavi rechts. Also haben die eben die Seiten getauscht. Und im Ballbesitz hat sich dann eben Petri fallen lassen auf die Rechtsverteidigerposition. Und Llorente ist dann halt eben hier in den rechten Halbraum vorne drin. Also nicht irgendwie auf außen, tatsächlich hier rein. Auch sehr außergewöhnlich für einen Außenverteidiger eigentlich. Aber macht halt schon Sinn in Anbetracht seiner körperlichen Präsenz. Auch wenn er an dem Tag wirklich ein schlechtes Spiel gemacht hat. Hier links war es dann oft rotierend. Also Alba war auch oft mal hier vorne. Dann ist Olmo eingerückt und Gavi hat sich fallen lassen. Da gab es verschiedene Varianten. Auch eben ganz normal Alba hinten, Gavi hier im linken Halbraum und Olmo über außen. Aber auch so kam Spanien jetzt nicht wirklich zu viel mehr Torchancen aus dem Spiel heraus. Die meisten waren eher nach Standardsituationen. Also Marokko hat es weiterhin gut gemacht. Wie Spanien dann aber reagiert hat, war in der zweiten Halbzeit, dass Busquets höher positioniert wurde. Weil er war ja oft hier so relativ tief als Verbindungsspieler zwischen Abwehr und Offensive. Wurde aber von Enesiri aus dem Spiel genommen. Dementsprechend, da er ohnehin nicht viele Bälle hier bekommen hat, hat man ihn höher positioniert. Enesiri ist teilweise zurück, aber jetzt nicht ganz so weit. Und so ist dann halt eben die komplette Defensive von Marokko ein Stück weiter nach hinten. Und so hat man sie weiter hinten reingedrängt. Könnt ihr jetzt auch hier nochmal sehen. Also ich habe euch immer hier so ein paar Bilder, die es dann auch nochmal mehr verdeutlichen, wie jetzt nur hier an der Taktiktafel. Dass ihr auch so ein bisschen den Bezug zum Spiel habt, wie es halt wirklich in der Realität aussah. Ja, also Marokko wurde dann zum einen dadurch weiter hinten reingedrückt. Und zum anderen ist es natürlich auch sehr anspruchsvoll, die ganze Zeit so zu verteidigen. Wenn Spanien halt so viel Ballbesitz hat, muss man wirklich viel hinterherlaufen. Das ist auf jeden Fall kräftezehrend. Und dementsprechend sind sie halt tiefer hinten reingedrängt worden. Somit wurde dann halt eben auch die Distanz zum gegnerischen Tor größer. Und es wurde dann auch schwieriger, Konter zu Ende zu spielen, weil man halt wirklich vom eigenen Sechzehner dann letztendlich bis zum gegnerischen Tor kommen musste. Zum anderen war es dann eben so, dass die Flügel letztendlich ziemlich tief verteidigen mussten. Also Spanien hat da wirklich so viele wie möglich in den Sechzehner gebracht. Teilweise auch den Linksverteidiger mit Baldé dann. Dementsprechend mussten die Flügel weiter nach hinten mitarbeiten. Bufal und Sieg. Oder wer dann halt dementsprechend gespielt hat und eingewechselt worden ist. Und so hatte man dann halt eben vorne eigentlich nur noch den Stürmer zum Kontern, der dann teilweise geschickt wurde von Amrabat oder so. Und ja, die Stürmer von Marokko sind jetzt nicht die schnellsten und dementsprechend hatte man halt weniger Chancen zum Ende des Spiels hin. Aber letztendlich hat man ja das Ziel erreicht, kein Gegentor zu bekommen durch das extrem gute Verteidigen von Amrabat auf der Sechs. Aber auch wirklich jeder einzelne Verteidiger hat alles reingeworfen. Und vor allem Aguer und Saiz, wirklich geniale Innenverteidigung. Zwar beide Linksfuß, aber es klappt bis jetzt echt gut mit denen. Und das ist auf jeden Fall lobenswert. Somit hat man sich in das Elfmeterschießen gerettet. Und für mich war eigentlich von vornherein klar, dass Marokko das gewinnen wird. Weil ganz ehrlich, Spanien konnte nur verlieren. Und Marokko hatte eigentlich nichts zu verlieren. Und auch die Fans im Stadion haben das die ganze Zeit symbolisiert. Marokko die ganze Zeit Stimmung gemacht. Währenddessen die Spanier halt das ganze Spiel über eher angespannt waren, da das Tor eben ausblieb. Und sie sich halt immer mehr damit anfreunden mussten, dass es hier ins Elfmeterschießen geht. Letztendlich zeigt das Ergebnis dann, dass Marokko wohl doch nicht nur durch Glück weitergekommen ist bis hierhin. Die haben wirklich eine klare Idee, wie sie spielen wollen. Und ziehen das auch durch. Und sind so erfolgreich. Und bei Spanien hingegen, da zeigt es, dass sie dann doch nicht ganz so gut sind, wie man es nach dem 7 zu 0 dachte. Oder wie es zumindest viele dachten. Weil ich habe da eigentlich gleich gewarnt, dass Spanien eigentlich nicht so gut ist, wie es da aussah in dem Spiel. Das also soweit meine Analyse zu dem Spiel. Lasst mich sehr gerne eure Einschätzung dazu wissen. Ich drücke auf jeden Fall den Marokkanern jetzt weiterhin die Daumen, wie auch schon in dem Spiel, da sie es weiterhin so gut hinter drin machen. Und dann halt eben auch den ein oder anderen Kon da vorne noch verwerten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.